Ich denke, zum Maybach muss man intensive Beziehungen führen, sonst ist man nicht der richtige Mensch für Maybach. Ich wüsste gar nicht, ob ich mich was fragen trauen würde, den Wilhelm Maybach oder den Karl Maybach, aber ich würde sie zumindest fragen, ob sie mal bereit wären, mir eine Führung hier an dem Museum zu geben. Von jungen Jahren an hatten wir beide schon die Version, ein Automuseum zu gründen. Kein Maybach-Museum, sondern ein Automuseum. Da hat er einen Freund in Aschaffenburg besucht, der damals eine alte Dame in Berlin bezirzt hat, mit Hosen und Hosen. Und auf meine Frage, was er denn da mache, hat er mir gesagt, er kauft Maybach. Und da habe ich ihn gefragt, reicht ja nicht, wenn man da einen Koffer mit Geld mitnimmt? Und dann sagt er, nee, nee, Maybach ist ein Familienmitglied. Und ein Familienmitglied, das gibt man nur gute Hände ab. Und als er den Maybach in seiner Garage stehen hatte, habe ich mir den angeschaut und dann war klar, blieb er auf den ersten Blick, so ein Auto muss her. Da kam er nach Hause und dann hat er gesagt, er sammelt nur noch Maybachs. Für meinen ersten Maybach musste ich keine alte Dame bezirzen, aber ich habe den damals wichtigsten Maybach-Sammler in Deutschland besucht, den Dr. Fritz Hardach. Und der hat mir anhand des Maybach-Registers, in dem ja alle noch existierenden Maybachs aufgeführt sind, mit einer Registernummer gezeigt, welcher Maybach momentan zum Verkauf steht. Und einer dieser beiden stand in Kanada und wir sind dann mit dem Kanadier uns handelseine geworden. Deswegen war mein erster oder unser erster Maybach kam dann aus Kanada. Fünf sind angemeldet, ja. Wir nehmen uns immer wieder ein Fahrzeug und machen Ausfahrten. Die Fahrzeuge haben natürlich den Drang, sich zu bewegen. Sie sind ja keine Stehzeuge. Und ich denke, ihr ursprünglicher Zweck war ja auch, damit von A nach B zu fahren, noch dazu ein bisschen Spaß zu haben. Und deswegen versuchen wir auch, so oft wie möglich mit den Fahrzeugen unterwegs zu sein. Zum Sammler gehört ja eigentlich auch immer der Jäger. Am längsten musste man hinter dem zweitürigen, schwarzen Cabrile hinterher sein, weil da wusste der Besitzer natürlich auch, was für einen Scherzer hat. Und der wollte nicht gleich dem Erstbesten geben, sondern hat da sich lange Zeit gelassen, auch unter den potenziellen Interessenten auszuwählen. Die interessanteste Geschichte ist die von unserem weißen zweitürigen Zeppelin Cabrile, der 1930 zu einem Freund von Karl Maybach nach Venezuela verkauft worden ist und bis zum Jahre 1939 jedes Jahr per Schiff von Südamerika nach Europa gefahren ist, dort seine Europatouren dann unternommen hat und am Schluss immer noch nach Gstaad zum Skifahren ins Hotel Palace gefahren ist. Was natürlich noch ein Herzenswunsch wäre, wäre der W5 vom Kaiser Heil Selassie, der möglicherweise gar nicht mehr existiert. Das wäre noch eine Geschichte, die ich mir gerne erfüllen würde. Ich denke, dass der Wilhelm Maybach uns vom Himmel mit Sicherheit beobachtet und dass er auch unser Wirken hier als für ihn sehr erfreulich einstuft. Er wird vielleicht staunen, dass es noch Menschen gibt, die sein Werk schätzen, ja.